Herzlich Willkommen auf Latex Mamas Youtube Kanal. Ich werde häufig gefragt, ob ich denn ausschließlich Latex trage. Und ich kann euch verraten, dank Halara kombiniere ich jetzt auch sehr gerne meine Latex Outfits mit Textil oder trage auch an vereinzelten Tagen ausschließlich Textil. Und ich sage euch, bleibt unbedingt dran, schaut euch das gesamte Video an und ihr bekommt mit dem Rabattcode LATEXMAMA auf die Ware bei Halara 20%. Halara ist eine Marke, die von Frauen für Frauen entwickelt wurde, aber nicht nur das. Denn auch meine lieben männlichen Follower, die sich gerne in Frauenkleidung präsentieren, werden bei Halara fündig werden. Das garantiere ich euch. Weil die Dehnbarkeit der Stoffe ist einfach großartig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein Hammer, sage ich euch. Also bleibt unbedingt dran. Und ich zeige euch jetzt mal gleich die am häufigsten Verkauf, die Jeans im Jahr 2024. Die Jeans wurde auch überarbeitet. Das heißt, die Qualität wurde noch mehr verbessert. Es gibt keine Brüchigkeit mehr im Stoff. Der Stoff reißt nicht. Die Jeans bietet euch auf dem Gesäß zwei Gesäßtaschen, wo ihr Kleinigkeiten einstecken könnt. Ihr seht, der Stoff ist wahnsinnig elastisch. Der Bund ist in diesem Fall hochgeschnitten. Das heißt, die Hose geht über die Taille hinauf, sitzt sehr sehr gut, ist hauteng. Also ich liebe ja hautenge Kleidungsstücke. Man hat keinen Reißverschluss, keine Knöpfe und somit, auch wenn man sich auszieht, es gibt keine Druckstellen. Die Hose könnt ihr auch in mehreren Farben kaufen. Schaut einfach auf die Seite von Halara. Ich schreibe alles in die Beschreibung hinein, wo ihr die Hose finden könnt, wie ihr direkt dann auf den Link der Hose kommt. Und ich bin davon überzeugt, ihr werdet begeistert sein. Auch dieses kurzgeschnittene Tanz-Sport-Oberteil mit Rundhals-Ausschnitt und einem sehr schicken Ausschnitt auch in der Mitte des Shirts, um ein bisschen Haut durchschimmern zu lassen, kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr seht, super dehnbar, wie man es von Halara gewohnt ist. Dieses Shirt gibt es ebenfalls in einer Vielzahl an Farben. Und eben, ich möchte nochmal erwähnen, Halara bietet auch eine breite Palette an Größen an. Von XS bis hin zu sehr sehr großen Größen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und das Schöne bei Ware von Halara ist, sie ist auch weit gefächert einsetzbar. Nach dem Sport ein Bait in Outfits von Halara ist das problemlos möglich. Dies ist eine 7,8 Jacking. Ganz, ganz toll. Auch wiederum ohne Zipp, ohne Knöpfe. Die Knöpfe, die ihr vorne seht, sind fern jeglicher Funktion. Das heißt, es ist nur ein optisches Deko. Wieder etwas höher hinaufgeschnitten. Die Jeans bietet vorne und hinten Taschen. Die Qualität ist, wie man sie von Halara gewohnt ist, top. Und ich sage euch eines, Halara hat ein weites Spektrum an Größen. Von XS bis wirklich hohe, große Größen hinauf. Schaut einfach auf die Homepage von Halara. Und ich bin ganz sicher, ihr werdet fündig. Ich zeige euch dann auch all die Produkte, die ich habe, angezogen, damit ihr euch natürlich vorstellen könnt, wie toll ihr auch damit aussehen werdet. Und dieses 7,8 Jacking ist ja ganz besonders cool, weil aufgrund der 7,8 Länge hat man, Frau, natürlich auch optisch eine Verlängerung des Beins. Also, es ist ja nicht jeder gesegnet mit langen Beinern. Wenn man kürzere Beine hat und man trägt die 7,8 Länge hat, wirkt das natürlich optisch sofort beinverlängernd. Auch die Shirts von Halara sind mega, sage ich euch. Und dieses ist mein absoluter Liebling. Darum habe ich mir das Shirt gleich in zwei Farben bestellt. Sie bieten das Leihwahl in einer Vielzahl an Farben an. Das Shirt ist seitlich gerafft, hat wunderschöne Flügelärmeln und ist vorne so süß geschnitten, überlappend. Und ja, sitzt nicht hauteng, weil es gibt ja doch auch viele Konsumenten, die nicht unbedingt alles hauteng haben wollen. Ich bin wirklich begeistert. Schaut es euch an, die Qualität, die Dehnbarkeit und das Schöne auch bei Halara ist, die Maßtabelle entspricht tatsächlich den Angaben der Größe. Ich habe alles in Größe M bestellt, Kleider, Hosen, Shirts und die Ware passt top. Also ihr könnt euch bei Halara tatsächlich auch auf die Größen-Nabelle verlassen. Und das ist schön und wichtig. Jeans und Leggin. Let's call it. Checking. Also diese hochteilierte Hose von Halara, das ist wirklich ein Muss für jedes Büromädchen. Noch dazu gibt es die Hose in ganz, ganz vielen tollen Frühlingsfarben. Schaut auf Halara, nutzt den Rabattcode mit Latex-Mama und gönnt euch 20% Preisreduktion. Aufgrund des geraden Schnitts macht diese Hose auch eine optische Beinverlängerung. Sie hat einen perfekten Sitz, ist dehnbar, wie man es eben von Halara kennt. Die Hose hat hinten zwei Gesäßtaschen, bringt auch das Gesäß traumhaft in Form. Also man hat wirklich einen knackigen Popo, wenn man diese Hose trägt. Und ja, wie man es qualitativ von Halara gewohnt ist, einfach Top-Qualität, Spitzen-Preis-Leistungs-Verhältnis und was noch dazu kommt, extrem schnelle Lieferung. Kann ich euch wirklich empfehlen. Direkt vom Büro zur After-Work-Party. Und man ist schick bekleidet. Wie immer im Kleidung von Halara. Ich liebe es ja ganz besonders figurbetont bekleidet zu sein und aufgrund dessen musste ich dieses Kleid von Halara unbedingt besitzen. Es ist ein langes Kleid mit Kordelzug, das auf einer Seite super schick geschlitzt ist, die zweite Seite ist durchgehend geschlossen bis oben. Das Kleid ist ärmelfrei und bietet im Bereich unterhalb der Brust eine Öffnung, um auch Haut zeigen zu können. Ich bin der Meinung, dass sich dieses Kleid ganz besonders eignet, um zum Beispiel ins Theater zu gehen, schick essen zu gehen oder vielleicht sogar, um auch als Gast auf einer Hochzeit zu erscheinen. Genau, weil mit dem Kleid ist man tatsächlich eine Erscheinung. Halara, die Kleidung für jedes Alter, sowohl für junge Mädels als auch für fortgeschrittene Damen, wie ich es bin. Die Kleidung ist wie maßgeschneidert, also wirklich besser geht's nicht. Luftig, sommerlich, sowohl fürs Schwimmbad als auch als Hochzeitsgast oder für den Theaterbesuch. Auch das rückenfreie, ärmellose und figurbetonende Kleid möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Das Kleid gibt es auch in einer Vielzahl an Farben. Es ist seitlich auf einer Seite ein klein wenig geschlitzt und ein Teilbereich ist gerafft. Es macht tatsächlich eine traumhafte Figur. Es zeigt wunderschön den Rücken. Es hat auch im Bereich der Brustteile eingearbeitet, die die Brust ein bisschen stützt. Das heißt, man muss keinen BH tragen, was ja auch ein Riesenvorteil, speziell im Sommer ist. Und das Kleid eignet sich meiner Meinung nach auch ganz, ganz besonders, um wiederum einen schicken Auftritt hinzulegen. Und was ich auch noch sagen möchte bei Kleidung von Halara. Ich habe beobachtet, man kann natürlich die Teile bügeln, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Ganz speziell, finde ich, eignen sich Teile von Halara auch für vielreisende Personen, weil man packt sie in den Koffer, sie brauchen nicht viel Platz, man fliegt an die Wunschdestination, packt sie aus, schüttelt sie einmal durch, streift sie an und man ist eine wunderschöne Erscheinung, ohne im Bügeleisen unbedingt schwingen zu müssen. Das kann ich euch alles wirklich nur empfehlen. Jedes einzelne Teilchen von Halara macht aus jeder Figur, aus jeder Frau, aus jedem Mann, der es liebt, Frauenkleider zu tragen, eine Augenweide. Ganz viel Spaß beim Shoppen auf Halara. Ich schreibe alles in die Beschreibung hinein, wendet den Rabattcode LATEXMAMA an und ihr erhaltet 20% auf die Kollektion. Ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Alles Liebe, eure LATEXMAMA.